Was sein? Ein Segel. Ne. Gehen wir mal wieder rein und gucken. Vielleicht ist da drin noch was. Irgendwohin muss hier was sein. Ein Segel. Kohle. Kelch. Ah. Okay. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Na so geht es doch auch. Dann können wir ihm gleich noch den Anker geben. Den er braucht. Um auf die Insel natürlich Halt zu machen. So. Ja jetzt haben wir den Brief und einen Trainer. So jetzt kann ich zurück gehen. Und dann den Brief geben. Und. Schon die zweite Trainer. Perfekt. Ich glaube dann haben wir hier in dem Gemälde die getan was wir machen konnten. Ich denke. Das war nur der erste Schritt auf die Reise. Gehen durch die Caverns. Und mach deinen Weg zu der Stadt über. Deine Aufgabe war nicht. Es war einfach. Aber nur. Wenn die Beacons die Schäden entfernt werden. Dann wird die Stadt beschädigt. Richtig. Gehen durch deinen Weg zu der Untergrund. 5 Stunden. So. So. Ich glaube da gibt es erstmal nichts mehr. Wichtiges. Komm jetzt. Da können wir jetzt runter gehen. Und jetzt mal. Die Tränen einsetzen. Und dann gucken was passiert. Ja. Ja. Gemäldestück. So wie ich es mir gedacht habe. Können wir auch hier reingehen. Und schon können wir ins nächste Gemälde. Okay. Das nehmen wir mal weg. Und das brennt. Glaube ich. Hm. Metall. 2. Hä? 2. 4. Hm. 2. 4. 2. 4. 5. 2. 4. 1. 2. 4. 3. 3. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 2. 4. 4. 1. 2. 4. 4. 5. Ah ok. Geht doch. Dann gehen wir rein. Und da sehen wir auch schon Skelette. Nicht schlecht. Nehmen wir mal die ganzen Noten mit. Hm. Also wenn Iris die Gemälde gezeichnet hat ist das schon ein bisschen krank. so sagen wir mal. Das haben wir ganz viele Noten aber super. Gibt es hier noch irgendwas? Hm. Nicht. Hm. Gehen wir mal zurück. Und dann aufwärts. Aufwärts. Hm. Das ist jetzt bisschen schlecht. Wie gehts da weiter? Horne. Kohle. Leuchtener Stein. Schlossfragment. Kelch. Zeichnung. Heißt Laterne. Übermerkt. Silberne Note. Sonst haben wir nichts. Hm. Ich guck nochmal ins Gemälde rein. Vielleicht ist da doch noch was interessantes was ich übersehen hab. Könnt hier sein. So. Hier liegt auch nix mehr rum. Na ok. Das bringt's auch nichts. Da liegt auch nix. Kann ich wieder zurück. So wie komm ich jetzt aus dem Turm raus oder raus halt in die Stadt? Gibt's hier noch was? Hm. Erstmal wohl nicht. Hier gibt's gar nix. Dann greif ich wieder zurück. Nix. Dann muss ich wieder hoch. Ähm. Ich guck mal in der Hilfe Leute. Da muss ich auf die Rechten sein. Da ist Kerkel gemeldet. Deine Musiker Note in der Hand. Hä? Hab ich das übersehen oder was? Kann doch nicht sein oder? Oder doch? Ah. Ah. Ja. Ich hab's halt nicht gesehen, ne? Das kann ich ja schlecht wissen, ne? Ok. Jetzt gibt's die Musikrätsel. Wir machen erstmal die ganzen Noten an der richtigen Stelle einbauen. Jetzt müssen wir die Noten so lange verschieben, bis wir alle Noten grün haben. Das passt dann. Ne. Das ist dann falsch. Ah. Da ist noch ne Note. So. Das ist falsch. Dann mal hier. Mal hier. Okay. Dann muss die ganz nach unten. Die muss so. Die muss die so. Komisch. Nee. Dann wohl eher wieder nach oben. Passt perfekt. So. Ne. Ganz oben vielleicht. Passt. Ne. Okay. Untere passt nicht. Nicht schlecht. So. Okay. Das muss dann wieder ganz nach oben sein. Denk ich. So. Mach ich mal eine runter setzen. Ne. Das ist falsch. Setze ich ganz nach oben. Ne. Nach oben nicht ganz richtig. Ne. Dann setze ich das auch mal ganz nach oben. Ne. Das ist erst recht falsch. Kann doch nicht sein. Dann muss das in die Mitte. Das ist doch. Ich mach so. Okay. Das wird schon was. Okay. Passt. Hm. Nein. Doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Wir gehen das jetzt. Gescheit. Okay. Das ist zu hoch. Das ist so. Na ja. Schon fast. Okay. Unten habe ich schon mal fertig. So. Okay. Na noch das letzte. Das ist glaube ich wieder. Ne. Geschafft. Geht doch. So. Und da er ebnet mir öffnet sich ein Weg. So. Weiter geht's. Gehen wir mal durch. Ein Stein. Ach ja. Den kann man doch. Abbauen. Oder? Okay. Gerade da sehe ich nichts zum abbauen. Da können wir die Dinge einbauen. Und das ist Feuer. Feuer gibt's da. Wie baue ich dann Feuer ab? Hm. Nein. 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 Okay. Ich versuche was wert. Hm. Da fehlt aber noch ein paar Steine glaube ich. Hm. Deine. Ach. W- Ihnen. Die. 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 Das was ich jetzt übersehen habe. es wird nur noch eine steinscheibe wo krieg ich die jetzt hin die letzte steinscheibe hier habe ich sie schon mal hinbekommen jetzt die steinscheibe steinscheibe ich sehe nicht irgendwo na nicht dass ich sie steinscheibe na auch nicht hier etwas kann ja schlicht sein ok dann doch nicht hübs falsches stimmt stimmt jetzt fällt es mir wieder ein ich habe das spiel schon so lange nicht mehr gespielt dass ich einiges gar nicht mehr weiß weil ich spiele es ja nicht blind ich habe schon mal durchgespielt aber es ist schon ein bisschen länger her das ist schon länger ich sage jetzt müssen wir es mal ganz nach unten kriegen dann schauen wir die dritte scheibe jetzt müssen wir es irgendwie so in der richtung hinkriegen das ist genau so aussieht wie das da das muss dann theoretisch so rüber kommen und das muss so kommen ok perfekte gleich am anfang schafft nicht schlecht so jetzt geht es hoch wenn die stadt das nehme ich mit Das will ich gar nicht wissen was das ist und das da auch nicht. Geh ich weiter hoch. Der gleiche Stranger, der Eiris zu gehen hat, hat einen Weg aus der Tower gefunden, durch die Untergrund. Ja, ich. Raven, du musst sie von der Frau erreichen. Garde die Bibliothek. Ach was. Mit deinem Schatten, Fuzzi, haltest du mich nicht auf Iris zu finden. So, wo gehen wir jetzt lang? Gehen wir mal in die Mitte. Und da geht's anscheinend nicht weiter. Dann gehen wir mal wieder zurück. Gehen wir mal da hoch. Und da hoch. Nehmen die Schal mit. Gehen da hoch. Nehmen das Ding mit. Okay, versuch was hört. Ähm. Na, ich will doch nicht hoch. Ich will jetzt runter. So geht's dann lang. Dann gehen wir halt mal da hoch. Nehmen das mit. Nehmen das erst recht mit. Nehmen einfach alles mit, was wir finden. Ähm. Ähm. Okay. Ja, ist mir schon klar. Geh ich mal wieder zurück zu dem blauen Licht. Wo war das da? Geh ich wieder zurück. Und wieder hier vorne. Hoffen wir mal, dass es hilft. Perfekt. Das nehm ich mit Ähm Okay Was gibt's denn noch? Hier Die Scheibe Was hab ich denn so? Ah Das ist jetzt aber ein bisschen schlecht Mach ich das jetzt Große Scheibe Rohren Leinwandfragments Ah geht auch so Okay Gucken wir uns das mal an Da gibt es Teile dazu zusammenzubauen Okay da fehlt uns aber noch ein Teil Und da müssen wir dieses Rätsel zusammenkriegen So Ganz easy wenn ich mir das so ansehe Ähm Doch doch nicht Was ist das dritte? Hatte ich nicht noch ein dritte? Noch nie oder? Das ist nichts Ich dachte ich hätte noch ein dritte Nicht Scheiße Ja 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 Cool das sieht aber ein bisschen krank aus ne ich schreibe nicht gern mit muss ich die sonne bringen machen wir erstmal das rätsel dort vorne an der tür das kleine rätsel schaffen schon oh